So, grüß euch zusammen zu diesem neuen Video. Der GP Andalusia spricht das zweite Rennen aus. Jerez ist Geschichte. Wir haben einen Dreifach-Sieg von Yamaha. Unfassbar. Drei Yamahas auf dem Podest und zur wirklichen Freude von vielen Fans, dass Rossi vorne auf dem Podest mit auf der Position 3 steht. Es wäre lange Zeit P2 gewesen, hat sich aber dann in den letzten zwei Runden leider noch anders ergeben. Komme ich gleich drauf. Quattararo, absolut unangefochten, feiert hier seinen Sieg. Natürlich ist denen davongefahren, den Jungs war kurze Zeit mal irgendwie mit knapp 8 Sekunden weg. Wer schon ziemlich stark war, hat mich wirklich verblüfft, war der Banaya bis kurz vor einem Motorschaden. Also das Bramag-Team, Bramag-Ducati sind leider beide ausgeschieden. Jack Miller mit einem Sturz übers Vorderrad und der Banaya leider mit einem Motorschaden, auch in den letzten 5, 6 Runden oder so. War sehr traurig. Das, glaube ich, war sein erfolgreichstes Rennen bisher. Hat er dem Valentino Rossi und dem Vinales eingeheizt. Ziemlich am Anfang vom Rennen hat er aufgeschlossen, konnte an denen vorbeifahren. Hat dann auch gleich Meter gemacht. Der Quattararo war zwar zu weit weg, aber so ein P2 für jemanden, der noch nie so erfolgreich war, wäre das schon richtig, richtig Besonderes gewesen. Leider dann die Bramag-Ducati-Motorschaden. Wahrscheinlich auch ein Problem mit dieser Hitze. Es war ja eine richtige Hitzeschlacht hier in Ceres. Ich glaube, der Petrucci war es, der wohl im Übrigen auch gestürzt ist, leider. Der gesagt hat, in so heißen Bedingungen sind sie noch nie gefahren. Und das ist natürlich nicht nur für den Mensch, sondern auch für die Maschine extreme Herausforderung. Genauso wie der Mobidelli mit der Yamaha-Motorschaden. Auf der Start-Zielgeraden, genau wie Valentino Rossi letzte Woche gehabt hat. Sehr komisch, was auch immer da ist. Die haben da auch schon andere Motoren jetzt drin oder mehrere Motoren getestet. Von denen, die eigentlich homologiert waren, haben sie jetzt mehr genommen, um zu schauen, was da los ist. Und jetzt hat der Mobidelli im Endeffekt den gleichen Motorschaden. Und es hat sich zumindest genauso gleich angehört und ausgeschaut, wie Valentino Rossi letzte Woche. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Valentino Rossi ist im Start relativ gut weggekommen. Ist gleich auf P3 vorgefahren von dem Startplatz P4. Es gab dann leider einen kleinen Crash im Mittelfeld mit KTM. Somit für KTM großes Pech, weil Binder ist draußen. Und auch der andere KTM-Pilot sind leider draußen. KTM wäre als einziges Team mit sehr, sehr vielem Fahrer ziemlich weit vorne gewesen. Schade für KTM an der Stelle. Quattararo absolut unangefochten. Man hat gesehen, der hat da lockere Spiel gehabt. Der ist da vorne weggefahren und war relativ schnell alleine. Und ich denke, der hat das dann auch auf den Zeithafeln gesehen, dass er alleine ist. Und hat sich dementsprechend dann auch, hier sehen wir es nochmal, hier auf der MotoGP-Facebook-Seite, hat er sich feiern lassen. Ist schon fast Marquez-typisch. Hat sich da relativ leicht getan, weil das natürlich auch logisch aus der erfahrerischen Sicht, wenn du siehst, dass du vorne dran bist und du hast nach den ersten zwei Runden an der Tafel stehen von deinem Team, dass Rossi in dem Fall, der lange auf P2 war, aber relativ schnell abgerissen ist. Und du den Vorsprung hast, du den Gap rausgefahren hast, dann gibt dir das so ein Selbstbewusstsein, was im Endeffekt dich noch schneller macht, als du eigentlich bist. Der Plan von Vinales hinter, der leider den Platz verloren hat, quasi beim Start für Rossi, dem sein Plan ist halt gar nicht aufgegangen. Der, denke ich, wollte halt von Anfang an auch dranbleiben an Marquez, Entschuldigung, an Quartararo. Das kommt davon, wenn man hier nebenbei was liest. Aber das ging sich halt nicht aus, weil er halt nicht gleich am Valentino vorbeigekommen ist und das hätte er müssen, um an dem Quartararo dran zu bleiben. Aber das war nicht möglich und jetzt hat er sich quasi Ewigkeiten mit dem Rossi bekämpft. In der Zwischenzeit kam der Banaya vor, da kam der Morbidelli vor. Also sind auf einmal alle da gestanden und dann war er halt irritiert und dann sind dann noch mehr vorkommen. Und dann war er kurzzeitig mal auf 5 oder so, ich glaube, der Vinales. Und dann hat sich dann am Schluss, wie dann wieder die Positionsbeteiligung Quartararo, Rossi und Vinales war, hat er sich halt die ganze Zeit mit Rossi abgeärgert quasi, weil er hätte schneller fahren können als Rossi, definitiv. Aber Rossi war extrem stark auf der Bremse und das hat somit nie gereicht, dass er sich vorbeistellt. Das Einzige auf Kurve 13, also sprich die letzte Kurve, hätte es Vinales ein paar Mal versucht und ist auch vorbeigefahren, aber musste dann weit gehen und somit war Rossi sofort wieder drin. Da war quasi Rossi extrem stark auf der Bremse. Leider hat der Rossi in den letzten zwei Runden quasi einen Fehler gemacht, dass er beim Ausgang ist weit gegangen oder vom Scheidelpunkt zum Ausgang ist Rossi quasi ein Stück weit weit gegangen und Vinales ist sofort einfach da vorbeigefahren. Und dann hat man auch gesehen, dass Vinales um x-fache schneller hat gehen können, weil der innerhalb einer Runde war er sofort dran, also war er sofort weg, also ist Rossi sofort weggefahren. Und das war eigentlich insofern schade, weil der Kampf zwischen Vinales und Quattararo wäre spannend gewesen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, der konnte sofort wegfahren vor Rossi, obwohl Vinales eigentlich sein Vorderrad schon fast zerstört hat, muss man fast sagen, weil er immer versucht hat, sich reinzubremsen und dann, na doch nicht und hat es nie durchgezogen. Und da überfährst du dein Vorderrad extrem, das weiß ich aus eigener Erfahrung im Rennenfahren, brauchst du viel mehr Kapazität von deinem Reifen, als du normalerweise nutzt und somit einfach auch es dementsprechend schwierig ist. Vor allem bei diesen Temperaturen ist das natürlich ein Nachteil, auch wenn du ewig lang wie Vinales im Windschatten vom Rossi quasi fährst, dass du natürlich keine Reifenkühlung hast, die du natürlich als Quattararo zum Beispiel super nutzen kannst, weil hinter dir keiner ist und vor dir keiner ist. Du kannst da extrem sauber fahren, musst keine Kampflinie fahren und kannst deine Reifen schonen und deinen Motor schonen, was man gesehen hat, was bei Morbidelli vielleicht ein Problem war und auch bei Ducati Pramac Banaya. Naja, somit ist es extrem krass eigentlich, dass hier so viele ausgefallen sind. Also auch Binder mit der KTM dann einen leichten Highseider gehabt, ich glaube in der letzten Kurve war das. Jack Miller übers Vorderrad gegangen, Espargaro leider draußen. Also ist echt viel passiert und der Cal Crutchlow, naja, der ist ein typischer Engländer, der ist eigentlich krass, der hatte auch diesen Kahnbeinbruch gehabt und mit einer Schraube repariert worden. Der ist irgendwann im letzten Drittel in die Box gefahren, und weil er so viele Schmerzen gehabt hat und ist aber dann trotzdem wieder rausgefahren, hat sich gedacht, ich muss doch zu Ende fahren. Also irrsinnig eigentlich. Siehst du mal, wie die Engländer, die sind schon ziemlich krass. Und natürlich durch so hohe Ausfallsraten kommt natürlich jetzt ein Alex Marquez auf Platz 8, was natürlich vielleicht nicht gewesen wäre, wenn hier nicht so viele ausgefallen wären. Also das ist schon abartig. Große Überraschung, finde ich, ist Taka Nagagami auf der Honda, auf der LCR Honda. Das ist im Übrigen die Honda, die quasi letztes Jahr Marquez gefahren hat. Und die haben ja auch immer ewig gekämpft und der hat ja nie so richtig irgendwas auf die Kette gebracht. Und jetzt haben sie mal so probiert, so ein Marc-Marquez-Setup auf dieser Honda für Taka zu fahren. Und dann sagt er so eben, das ist ja viel einfacher zu fahren jetzt. Also interessant, dass jemand mit Marc-Marquez-Setup fahren kann. Nichtsdestotrotz, ich glaube, von den Interviews her, Valentino Rossi war mega happy, dass er auf dem Podest war. Der war seit Texas 2019 nicht mehr auf dem Podest. Von dem her hat es dem wirklich gut getan. Er sagt zwar selber, es fühlt sich noch nicht so hundertprozentig an, aber es ist schon ein Riesenschritt und sie haben ja doch eine lange Periode, eine lange Durchstrecke hinter sich. Und tja, jetzt sind natürlich alle Augen schon wieder gerichtet auf Brünn. In zwei Wochen ist es ja schon. Schauen wir mal, was in Brünn los ist, wie es Marquez geht, weil wenn das Starterfeld genauso stark ist wie jetzt im Moment, dann wird natürlich Marquez und Quattararo uns wieder ein paar interessante Fights liefern. Auf das, wo wir natürlich aus sind. Hier war sehr, es war sehr verhalten das Ganze. Sie sind sehr vorsichtig gefahren. Ich glaube auch, dass die Temperatur dort extrem zu schaffen gemacht hat und die haben gemerkt, wir müssen hier ein bisschen rausnehmen. Die Zeiten sprachen auch dafür. Man hat gesehen, wenn sich jemand fragt, warum sind die Rennzeiten eigentlich so viel langsamer als die Trainings- und die Qualifying-Zeiten. Das liegt einfach daran, weil sie die Distanz fahren müssen, weil sie mit vollem Sprit losfahren. Und es auch ein bisschen so eine Taktik ist, dass man am Schluss einfach die Reifen noch ein bisschen geschont hat, obwohl bei dieser Temperatur Reifenschonen überhaupt kein Thema ist. Vor allem nicht, wenn du ständig versuchst, Rossi zu überholen. Und wenn Rossi was in diesen vielen Jahren des Rennsports gelernt hat, dann ist es, Türen zu machen und denjenigen da hinten zu lassen und sich breit zu machen, das kann er wirklich gut. Da kann man sich als Hobbyfahrer auch einiges abschauen, wie er da die Linie wählt, wie er die Körperhaltungssprache ist. Sehr interessant gewesen. Leider hat er halt dann einen Fehler gemacht. Aber Vinales ist sowieso nicht ganz happy mit P2. Der wollte sowieso weiter vor. Und auch verständlich, nachdem das auch letzte Woche so nicht sein Rennwochenende war für den Sieg. Und der wird den Sieg ja auch dementsprechend einmal verdient haben. Obwohl der Quattararo, ganz ehrlich, ich finde den Typen cool, der ist so jung und man verstrahlt so eine Freude aus. Und ich habe den auch letztes Jahr in Valencia kennenlernen dürfen, kurz auf dem Handshake. Und das ist so ein netter Kerl eigentlich. Also ich vergunste ihm echt wie Sau, dass der mal da wirklich zwei Siege hintereinander und da wirklich mal richtig, richtig gut punkten kann. Ich bin auf Brünn gespannt in diesem Sinne. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Rennen gefunden habt. Wer für euch vielleicht noch so ein Kandidat ist, der da vielleicht mal vor mitfahrt. Wir haben es heute gesehen. Nakagami, Banaya und auch Mabidelli, wie stark die eigentlich sind. Vielleicht fehlt es da einfach nur so ein kleines bisschen, dass die auch mal dementsprechend um den Sieg fahren können. Das Feld ist so eng beieinander. Macht richtig Spaß zuzuschauen. Schreibt es gerne in die Kommentare, auf was ihr euch dabei freut. Vielleicht schreibt es auch gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht von mir da ein bisschen so zu dem Thema hören wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, danke und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.